Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits die Strategie zur Berechnung der Ableitung einer Funktion an einer Stelle kennen und mit dem Begriff Ableitungsfunktion vertraut sein. Das Ziel für dieses Video ist, dass wir gemeinsam die Ableitungsfunktion der Funktion f mit f von x ist x hoch 3 ermitteln. Dafür stellen wir uns zunächst die Frage, welche Steigung hat f von x ist x hoch 3 an der Stelle x0? Es zahlt sich aus, wieder unseren altbewährten Weg zu gehen und zwar zunächst die Steigung der Sekante durch zwei Punkte zu berechnen. Und zwar nicht durch irgendwelche zwei Punkte, sondern durch die Punkte A und B mit Koordinaten x0 und f von x0 bzw. x0 plus h und f von x0 plus h mit einem h ungleich 0. Um jetzt die Steigung dieser Sekante zu berechnen, brauchen wir wieder unseren Differenzenquotienten und nun lautet der erste Arbeitsauftrag, vereinfache diesen Ausdruck so weit wie möglich. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit, pausiere dazwischen das Video und wir vergleichen danach die Ergebnisse. Also gut, als allererstes müssen wir hier im Zähler die beiden Ausdrücke f von x0 plus h und f von x0 durch irgendetwas ersetzen, mit dem wir tatsächlich arbeiten können. Dafür können wir einfach x0 plus h und x0 in die Funktionsgleichung einsetzen und erhalten dann diesen Ausdruck hier. Nun zum nächsten Schritt. Nun müssen wir das hier ausmultiplizieren. x0 plus h in Klammer hoch 3. Dafür brauchen wir wieder eine entsprechende binomische Formel und deshalb ist hier als Hinweis dieses paskalische Dreieck abgebildet, denn das verrät uns hier in dieser Zeile die entsprechenden Koeffizienten. Hier erhalten wir also x0 hoch 3 plus 3 mal x0 Quadrat mal h plus 3 mal x0 mal h Quadrat plus h hoch 3 und dann noch minus x0 hoch 3. Als nächstes fallen uns x0 hoch 3 und minus x0 hoch 3 weg und wir können wieder h herausheben und kürzen. Das bedeutet, wir erhalten für die Steigung dieser Sekante diesen Ausdruck hier. Kommen wir nun gleich zum nächsten Arbeitsauftrag und zwar ermittle die Steigung der Tangente an der Stelle x0. Nimm dir dafür noch einmal ein paar Minuten Zeit, pausiere das Video und wir vergleichen dann wieder die Ergebnisse. Die Steigung der Tangente an der Stelle x0, also f' von x0 ist dann ja genau der Grenzwert für h gegen 0 von 3 mal x0 zum Quadrat plus 3 mal x0 mal h plus h Quadrat. Und wenn h gegen 0 geht, dann gehen auch alle Ausdrücke, in denen h als Faktor vorkommt, also diese beiden hier, gegen 0. Das bedeutet, als Grenzwert erhalten wir hier 3 mal x0 zum Quadrat. Kommen wir nun noch zum letzten Arbeitsauftrag und zwar stelle eine Funktionsgleichung der Ableitungsfunktion auf. Nimm dir auch dafür noch einmal kurz Zeit, pausiere noch einmal kurz das Video und wir vergleichen auch hiervon dann noch schnell das Ergebnis. Wir wollen nun also wieder jeder Stelle x die entsprechende Ableitung f' von x zuordnen können und die Vorschrift, die wir dafür brauchen, die haben wir hier schon gefunden. Also die Ableitung der Funktion f mit f von x ist x hoch 3 ist dann gegeben mit f' von x ist 3 mal x Quadrat. Und zum Abschluss eine kleine Frage. Was wird dann wohl die Ableitung von f mit f von x ist x hoch 4 sein? Darüber und noch mehr sprechen wir dann im nächsten Video.